Die NATO bestätigte am Dienstag die Ernennung des spanischen Diplomaten Javier Colomina zum neuen Sonderbeauftragten des Militärbündnisses, der für die Koordination der Aktivitäten an ihrer Südflanke zuständig ist, was in Italien für Empörung gesorgt hat. Der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto hat den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg beschuldigt, Rom zu verraten, indem er keinen Italiener auf den Posten berufen hat, der diesen Monat auf Wunsch der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni geschaffen wurde. Die italienische Regierung hatte damals erklärt, dass sie der Meinung sei, dass diese Position von einem Italiener besetzt werden sollte. Crosetto sagte der Zeitung La Stampa am Wochenende, dass Stoltenberg einen Spanier ernannt habe und er diese Entscheidung als fast persönliche Beleidigung betrachte. Colomina ist der stellvertretende, stellvertretende Generalsekretär der NATO für politische Angelegenheiten und Sicherheitspolitik und hat als Sonderbeauftragter für den Kaukasus und Zentralasien gedient. Der Nahe Osten, Nordafrika und die Sahel-Region sind für unser Bündnis wichtig, sagte Stoltenberg in einer Erklärung zur Ernennung von Colomina zum Sonderbeauftragten für die südliche Nachbarschaft. Javier Colomina verfügt über umfassende Erfahrung in den Beziehungen zu den NATO-Partnern. Seine Ernennung wird die wichtige Arbeit der NATO an der Südflanke weiter stärken.